Ein Raid oder? Ich glaub diesmal nicht. Nein, wir haben eine Leona. Man könnte ein Raid. Wenn sie uns Fake checken. Ich weiß nicht wie das gegen Trunnel wird. Ich spiel nicht. Ja ne, lass keine Inraid machen. Pass auf mit Trunnel Level 6. Mit seiner Ulti, die da geht, der wird doch richtig zum Biest. Ich spiel bei Trunnel mit Ghost. Trunnel mit Ghost? Ja. Ja. Ich dachte, die wär länger. Was waren das jetzt grad für ein Kuchen? Oh, ich hab da versucht, das Gewicht zu warden. Ist die nicht gelungen? Nee. Report. Nach dem Spiel bitte. Wandelmitte? Ja, dann haben wir eine... Kassadin Top, das kann ich mir nicht vorstellen. Kassadin Top? Ich verrichte dich doch. Ich setz mal, der steht da nur so rum. Wir können ja auch immer auch ausprobieren, dass... ... dass der ADKB und Support Toplane geht und der Toplaner... Ah, switchen, ne? Ja, das kann man echt nochmal machen. Wenn wir dann so einen Renekton auf der Toplane picken, für eine Switch. Und der Jungler geht mit und der mit geht Jungler. Ja, das ist klar, okay. Genau. Genau. Ich sag euch, irgendwann werde ich mit Jasuo ins Ranked kommen. Insta-Lock, insta-Lock. Ah, dann könnt ihr nichts dagegen tun. Wie verlocken wir. Also Kassadin hat sie gerade eben Top gezeigt, glaube ich. Ne, Trin hat sie mir da gezeigt. Ne, Trin war nur mit. Ich glaub nicht, dass die Kassadin Top schicken. Jax, hast du gerade geguckt, ob sie Red invaden? Ja, haben wir aber. Brav. 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 Also dann jetzt bisschen mehr Fokus auf Mitte, ne? Ah, das kann sein. Wir sind mit Boots gestartet. Ab Level 6 lohnt es sich auch gar nicht mehr zu ganken, finde ich. Ne, ist was auch. Also mit Jabern vor allen Dingen. Ja, also wenn Kassadin seine Hull draußen hat, kann man ja immer. Das ist ein Jungle, Ramos. Oh, Ramos wird auch kacke. Ich pushe dann auch mal nicht, oder? Ja, der Town, wo du letzten Patch den nerf, oder? Krass. Der schwindert 91 AD. Obwohl er... Ja, wenn er bei ist. Ja, deswegen sein Q. Wenn er jam 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 gemacht, dann... Mach den das total geil. Okay, jetzt hat der auch den... Der macht das natürlich total geil. Wow, das hat er nach oben gemacht. Okay, rauf, 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 rauf. Der hat mich einfach während meines Kandos. Da habe ich sie die ganze Zeit weiter. Haben wir dürfen. Dann macht er umso mehr Schaden. Ich versuche jetzt mal mit der Next. Direkt. Hast du schon Schaden? Ja, hab extra... Oder? Nee, hab ich doch nicht. Fuck. Ja, ist gut. Vielleicht draußen. Vielleicht draußen. Ich komme gleich nochmal wieder. Ja. Oh, guck mal wieder er ist. Er ist ein Ramos-Bot. Oh, mein Farm, Alter. Überlebt der Sonnen? Sehr gut. Ja, ja, ja. Ja, Ramos ist ja sogar fast. Ja, Ramos hat doch... Ja. What? Unten ist das... Ja! Wie hab ich den? Und... An mir! Was macht ihr denn da? Keine Ahnung. Die machen irgendeinen Kack grad unten. Hast du falsch? Hast du den... Katelyn ist doch... Du bist gestorben. Hast du den mit der Falle oder wie so? Ja, irgendwie... Irgendwie hab ich ihn noch mit meinen... Ich weiß auch nicht irgendwo gekommen. In der Falle musste er. Das war ja grad wirklich Holzniveau wieder. Holz 5. Beste Liga. Naja, hab ich halt noch einen Köln. Nick, komm noch mal Mitternacht. Ja. Wir müssen ihn hier mal töten. Kannst ihn wahrscheinlich schon fast so hoch machen. Ah, scheiße, der überlebt ist noch. Toll. Achtung, er wird jetzt wahrscheinlich sogar weggehen. Alter. Auch nur bei der Menino. Das ist halt nicht so hoch. Ah. Ich darf weg. Das wär... Was? Oh, ja, jetzt fehl ich etwa. Jetzt brauche ich weg. Boah. Rammus hat auch einen Double-Buff mehr, den hat er mir gegeben. Sehr großzügig. Rammus war? Bad. Also Rammus war jetzt grad zweimal hintereinander gank. Ich bin erstmal back. Ich hab auch nicht vorzuleifen lassen. Wie verlockt nun. Na, schade. Ist reingetrapped. Ah, Kassa hat gleich 6, ne? Aber den Flash. Meinst du, den Flash schon wieder ab? Fünf Minuten. Fünf Minuten hat er drauf. Sind das fünf Minuten, genau? Ja. Wir hatten auch fünf Minuten, ja. Das finde ich zu lange eigentlich jetzt. Dann haben wir ungefähr geflasht. Dritte Minute. Ah, dann dauert das noch ein bisschen. Ja. Ach, tja. Ah, mit seiner Ulti. Ich krieg mir nicht mehr. Gut gerechnet. Danke. Ich krieg mir auch mal. Ja, nice. Stop. Das Auto für Uiti. Rammus geht Enzo auf den Sack, ne? Naja, aber er kommt kurz. Ah, Rammus wieder Bot. Okay. Eine Sekunde Scham. Nice. Gut schon. Sauber, 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 sauber. Er wollte dich noch kriegen, er wollte. Er wollte die ganze Zeit, ja. Achtung, Rammus Mitte. Rammus Mitte. Der ist nur Level 4. Also wenn er zu deep geht und den Scham kannst. Naja, ich kann jetzt auch mittlerweile schon ulten. Der Twanl ist auch ziemlich low. Ähm, ich komm daheim. Ach, du bist A. Ich glaube, der sich hier trug da oben. Ne, ich komm daheim. Wird nix, wird nix. Ne, ne, ich mach der Ash. Aber mehr Damage später regt die also. Ja, ich glaube, wenn du eins gegen eins gibst, wirst du sie selber machen, ne? Ja. Wohne mal. Kannst du wohnen? Ne. Ne, hab ich keinen mehr. Oh, scheiße. Ja, das ist, das ist die Ulti von Twanl. Die geht echt derma ab. Okay. Ah! Schade. Dann wird er übel zum Muschi. Rammus kommt top. Er ist echt noch level 4, Alter. Ja, komm, nicht wirklich. Dass man auch eigentlich nie gegen Wundle spielt. Weil er auch was nie wird. Ja, der wird halt nie gespielt. Naja. Ich hab ihn wie gesagt auch nur einmal in so einem Let's Play gespielt. Und dann war ich sogar irgendwie mit 0, 2 echt richtig krass mal hinten. Und er hat echt schon mich fast gesnowboardt. Weil ich glaube ich Zinzau und dann mach ich einfach mal Ulti an. Und dann kriegt er gegen Zinzau mit der Rüstung. Hä? Gerade gegen Zinzau mit der Rüstung, die eben steals. Ja, genau. Zinzau haut. Er kriegt ja auch Leben, alles kriegt er dann. Willst du kurz? Ja, Blue. Ich mach kurz die Wave noch und dann... Ja, Borderline haben wir auch unter Kontrolle. Borderline muss ich mir nicht helfen. Nee, gar nicht. Ich geh back. Du solltest auch backhand führen. Ja, ja. Blue? Ja, ja. Ich fang hier schon an. Geh back. Ich mach das mal. Ich hab's nicht gedacht. Vor allem wenn er verliert auf viel zu viel CS. Ich hab's nicht viel gemacht. Ich hab's nur bekommen und hab mich gesilenced. Ich hab's nicht laut. Ja, ja. Welf. Ich wollte Markus Hallo sagen. Welf. Ich geb's auch drauf. Mitte ist doof. Okay, er ist wieder da. Er hat schwandeln. Ja, die schwandeln abriss wahrscheinlich. So, da. He's awarded. Good Neck. Ja, gut. Nice. Kommst davon? Ja, ich glaub du kommst davon. NEIN! Outplayen, outplayen. Hau deinen Kuh rein. Du tötest den. Also trundle, den mach ich auch ziemlich low. Der kann ich nicht töten. Der ist schlecht der Typ. Er hat keine Leben. Er hat nur was zu tun. Lass du mal in Ruhe den armen Typen machen. Ja, wenn er kein Typ kein Leben hat, der fliegt so um. Ich glaub Ultiger. Der arme. Ja, warte. Kann's drauf gehen. Wir sind gleich. Ja, die ist grad ein bisschen zu weit weg. Ja, wenn du deine Kummer machst, hau ich noch meinen W da rein. Also meinen, ich werd. Dann sind sie so um vier gefahren. Ja, ist jetzt auch noch nicht sechs bei euch unten. Nee, nicht. Nee. Aber ich würd nicht... Nein? Das kann nicht... Das kann nicht sein Ernst sein. Oh man, ich bin so schlecht. Guck mir leid. Kein Ding. Hast du gedived? Das ist Ash, out level 6. Das ist einfach... Hattest du gedived? Ja, aber ich... Ich war schon live. Er hatte... Er hatte... Er hatte vielleicht 100 Leben. Ich hab ihn sogar geknallt. Ja und dann hat er Ulti angemacht, oder? Der hält sich immer noch so scheiße sehr. Er hatte auch schon Ding. Und dann kam's dann der Ulti, oder? Ja, ich glaub er wird zu selten gespielt, weil er einfach mal so voll hässlich ist. Ich kann das auch nicht wirklich einschätzen, wie sehr der sich heilt. Der geht so ab, dass... Ey... Ich bin bei Autodex 37 Leben gerade. Boah! Was für'n Lappen. Jax? Ich komm auch noch, ich komm auch noch. Hat er Flash? Äh... Ich bin ja nicht. Ja, schon. Na, wir fangen mit ihm hin. Der Schamsteen. Hehehe. Hat nur getauntet. Und damit hast ihn... Okay, du hult. Aber egal. Problem solange er tot ist. Ah, Ramos kommt. Damit wird wenigstens Kassa jetzt auch nicht so stark. Ah, geil. Na, Ramos ist Portline. Ja, der ist die Auto. Komm auch weg. Also vom Farm her, wenn ich irgendwen fahren will. Gewinn ich mich selbst was. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ein paar aufbauende Worte jetzt hier ans Team. Ramos ist Top-Mitte. Boah. Alter. Ich sag doch, der fliegt so weg. Der tankt gar nix, oder? Nee, Ramos ist so untanky. Ramos ist auch ein komischer Pick. Ah, das ist echt. Ich weiß gerne, ob unsere Caitlyn dort drankommen wird. Ja, wir kommen alle relativ gut weg. Warte mal, warte mal. Warte, wenn ich da bin und dann... Soll ich eben noch kommen oder wollt ihr einfach schon mal drauf gehen? Ja, mach ruhig. Ja, geht drauf da. Ich komm gleich noch nach. Oh, tag der Homo, Mann. Der geht mir so. Lass Taric aim. Lass Taric aim. Nice, nice, nice. Äh, Caster kommt glaub ich runter? Ja, wir sind zu gut. Dauert aber noch ein bisschen glaub ich. Wollen wir Drake? Wie gesagt, Caster ist glaub ich da irgendwo noch. Wollen wir Drake? Ich weiß nicht. Na ja, nur der, ähm, Cporter ist tot. Ähm, Ramos Mitte. Ist das egal, wollen wir oder nicht? Na ja, mach mal. Ne? Ich helfe nicht. Ich helfe nicht. Vielleicht bin ich tot jetzt. Ulti komm schon, Ulti komm schon, Ulti komm schon, Ulti komm schon, Ulti komm schon. Nein! Nein! Ich glaube, Trondel kommt mit dem. Mach auf. Nice. Oh, fuck, die Ash Arrow noch. Mach weh. Trondel kommt, Trondel kommt. Trondel kommt. Cue war nicht. Verdammt, danke, scheiße. Und Trondel kommt auch. Ash Ulti war ganz gut geschossen. Naja. Naja. Der Tower Held. Sie wollen den tanken. Dann push top, ne? Ja, die tanken den. Haben da. Trondel kommt wieder zurück top. Tavik warded. Drake, ne? Hat er gewartet? Ja, der warded den Drake. Wo ist Casterdin? Der war low, oder? Ja, der ist irgendwie back. Ich denke, der ist back. Mach mal kurz die Lane und tanken, du. Jetzt habe ich endlich mein Dings, mein Alter. Oh. Der F klemmt mich einfach mal mit seinem blöden Eisberg in den Tower ein. Auf, auf, auf. Egal, mach einfach da. Wann hast du den E-Vanis denn? Ah, schade. Wollen wir den kleinen Minion da nicht? Ja. Wollen wir den Botlane mitkommen? Ja. Ah, Double Kill Botlane. Scheiße. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Oh, der ist. Wie verlockend. Tarek hat auch sein Zahn wirklich alles. Nein. 5 Sekunden, 5 Sekunden. Er hol ihn dir, er hol ihn dir. Ah, Tarek geht auch schon weg. Ich wollte ihn eigentlich lassen. Terminiert. Das ist... Der überlebte. Boah. Scheiße. Jedes Mal ist das so verkifft. Knapp. Kassa SS, ne? Ne, komm. Übelst lange. Der war grad Toplane, der war grad Toplane. Achso. Hat er... oh. Der wollte ganken, also du wärst so oder so tot gewesen. Äh... Achso, also er hat jetzt nicht zum Kill geholfen. Ne, kommst du? Ja. Ja. Aber da muss es auch grad nicht her mit ihm. Hab ich. Wir hoffen. Läuft. Läuft. Ja, versuch mal Bad Tower zu bekommen. Ja. Die werden da wieder weg. Soll ich ihn abhalten von Pushen oder warten? Brauch mal, ich komm mal bitte. Trau mal mein OT rein. Geh mal rein, geh mal rein. Ja, die haben gewaldet. Ja, die haben gewaldet. Ja, die haben gewaldet. Kassa SS wieder in der Mitte. Ich glaub, der geht aber weg. Ja, die haben wieder gewaldet, wo ich stand. Irgendwann so in der 52. Minute, da werde ich zwar nur besiegen. Dann werde ich mich gut fühlen. Als Bestätigung. Du hast aber auch immer jedes Game, wo du dich gut fühlen kannst. Ist das dein Teleport? Dann dein... Ja, da hast du auch immer. Ich bin gerade okay. Nicht gut, nicht gut. Oh, Bitter. Ja, die haben ziemlich aufgeholt jetzt. Ja, die haben ziemlich aufgeholt. Ja, er stimmt. Du müsst jetzt ein bisschen aufpassen. Entschuldigung. Jetzt pushen die in der Mitte. Jetzt pushen die in der Mitte. Weil ich, wenn er die abmacht, glaube ich auch noch nicht. Halt einfach nur. Ach, gleich tauntet er sich. Ich glaube, ich kann nur kaufen. Scheiße. Ich habe ziemlich viel Damage. Ja, ich glaube, die gehen Drake. Ja, die machen Drake. Ja. Oh, aber richtig low. Richtig low. Richtig low. Ich muss top treffen. Sonst wird kommt Wundle hin. Geht dahin, Freunde. Schaffen wir wahrscheinlich rechtzeitig, oder? Ja. Doch, ich glaube, die Ball sind noch gerade das Eis. Ich werde die supporten wahrscheinlich gleich. Jo. Oh, schade. Ja, oder so. Und OIT. Schauber. Haben sie die bekommen? Ja, ja. Drake. Ich weiß nicht, ob er nicht steigen kann. Ich glaube schon. Ich kann mal schnell holen. Ich kann mal schnell holen. Ich komme schnell noch. Warte. Winikon Toplane Hilfe. Ja, drauf da. Er tolt ihn endlich. Immer Drubitzki sein. Seine Bestätigung hat. Winikon hat ihn, Winikon hat ihn. Ich werde drauf gucken. Ja, jetzt kann ich wieder einen gehelten. Er ist da. Die kommen, die kommen. Achtung, Kassa rückt auch auf. Ja, das Black Kassa rückt. Ja, ich bin tot. Ja, jetzt werde brauche ich nicht. Ich komme. Ich komme euch. Oh, Ramos. Ari kommt, Ari kommt. Ja, komm. Rein da mit dir. Oh, mache ich damage. Nice. Nice. Ja, gut. Ich habe Dings taunt, taunt. Ja, okay. Ich gehe auch weg. Der ist zu schnell. Kassa ist noch da irgendwo, ja? Kassa, Kassa ist down. Achso, gut. Kassa habe ich ganz gut noch Kontrolle dahinter. Na, du bist ja ein Engel. Mensch. Du bist ja ein Typ. Nein, ein Typ. Lasst uns jetzt mal. Aber Kassadin ist schlecht gefarmt. Das ganze Team ist schlecht gefarmt. Keiner von denen ist über 100. Die Kälte holen sie noch schnell 3 und dann ist gut. Oh, fuck. Einfach mal reflex-technisch ein E. Ein Charme. Du warst. Okay, jetzt passt auf, ich gehe weg, ne? Oh, dann gehst du weg. Ich muss weg. Oh, dann geht mal Bot-Lane. Ich fange schon mal den Bull-Waffern. Vielleicht wieder schnell da. Neck. Ich komme. Ash ulti ist ja auch schon mal draußen. Achtung, Achtung, da kommt Ramos, da kommt Ramos. Nicht fighten, nicht fighten. Wieso hat Ash gerade eben geultet? Äh, die wollte dich töten. Aber das ging nicht so. Pass auf das. Das ist ein Tariq. Da ist ein Wunder. Ja, ich gehe Bot-Lane, das ist ein Farming. Ja, Bot-Lane ist noch KG-Farm. Oh, ein Ward. Zack. Ich gehe mit der Farms dealen. Du Zack. Nein. Geh weg. Das ist Tariq gewesen. Das ist Tariq. Das hat Lash in der Front. Oh, Nick, du machst ganz gut Damage, nicht? Ja. Ganz gut, Assassin. Drei Mittel. Wir brauchen Mittel hier. Stresslos Okay, lass rein Damit wir nicht teilnehmen können Oh, ja doch doch, warte Oh no Oh no Oh no Oh no Und ... oh no Da ist sofort Ordnung Chair steht da mal rein Okay aber Kdull hält auch noch mit Nice, Mick. Bam! Aber hat's einen scheiß Fokus gehabt? Ja, die R-Schallung ist richtig weggelackt. Ich habe irgendwie auch nur so einen Taric und Ramos ungefähr weggefokust, weil ich an was anderes nicht ran kann. Ich habe Home Guard, ich habe Home Guard vielleicht da. Kannst du eigentlich stören? Kannst du drauf, geht drauf. Geh drauf. Geh drauf, geht drauf. Nein! Ist das schade, ey. Dafür stirbt er. Dafür stirbt er. Das wird gestraht. Ja, die haben wir eigentlich ziemlich dumm gemacht für Alpha nicht. Ja, dafür hat er dich optimiert, okay. Wann ist eigentlich Drake wieder ab? Ja, Drake. Wann ist er ungefähr ab? Okay, 17-17 jetzt, ne? Tower-mäßig, Toplane beide. Taitlan, ähm, Red. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch kurz Toplane defen, wir dann Trinity holen und dann können wir ganz weg. Ja, dann geht's wahrscheinlich auch ganz gut ab, ne? Mit Jax. Ja. Malerweise geht's halt auch schon gut ab, aber... Ja. Ja. Tja, echt kein Damage, ne? Ich bin da, als bin ich hier wieder ohne nicht das perfekte Beispiel für. Ja. Heute mal nicht. Äh, Ramos kommt Top. Und Terrico. Ja, wir sollen die Top-Ram. Ich sag dir vor allem Terrico... Achtung, Achtung! Wenn der blöde Troll nicht dabei ist. Achtung! Oh, fuck. Ah, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Egal. Der ist so deep drin. Ich bin jetzt weg, Leute. Achtung, Troll-de-Count. Jetzt bin ich hier einfach mit, oder? Also... Zwei. Ich... Ich... Wollte aber auch Jax fahren. Wollte aber auch Jax fahren. Wollte aber auch reingehen. Wollte aber auch reingehen. Die Barren? Die ganzen Barren, ne? Jo... Ja. Äh, hat einer schon erwähnt, dass sie die Barren? Ja. Okay, gut. Warte, sie faken. Sie faken, sie faken. Sie sind auch so low-Mitglied. Ja, komm, sie haben ein bisschen Damage gefressen. Also wir könnten reingehen. Leona fehlt aber noch. Okay, alle groupen und dann schön rein. Ja, Leona. Leona fehlt noch nicht? Noch nicht? Ja, dann lass Drake gehen, komm. Die können nicht nichts. Ja, ja. War ein bisschen offensichtlich, dass sie faken. Ja, ich habe ein bisschen schwieriger, also... Es ist nicht immer so leicht viel als Spiel. Ja. Wobei sie letztes Spiel besser waren, ne? Naja. Von ehemalig. Von ehemalig, ja. Vielleicht ist das... Das ist eine Verschwörung. Wollen wir rein? Warte, noch mal ganz kurz, dass ich meine Charter-Street habe. Okay. Oh. Okay, warte. Mach auf, mach auf, mach auf. Soll ich sterbe. Sie pushen, Mitte, sie pushen. Komm, Ash da. Ich habe 5 Wurz. Die hole ich mehr. Alle auf Ash. Sonst darfst du hier irgendwas noch nehmen, hier. Den Ramos. Nein. Ja. Komm, die Sterne alle hier. Ja, es gibt das Massen-Party hier. Ja, es gibt das Massen-Party hier. Gut, nur dann. Och, komm, wir haben das bisschen Ash-Arrow. Und wir pushen. Wir pushen den Einer rein. Das sollte easy sein. Ja. Ja. Wir versuchen den Einer rauszuhören. Ja. Ja, ich bin so ein Lappen. Ja. Ich bin so ein Lappen ey. Ja, ich habe nur die kleinen. Ja. Ja, ich habe nur die kleinen. Ja, gleich Blu. Ja, ich bin so ein Lappen ey. Wie denkst du von mir ey? Immer schlechtes Mäh. Immer. Mäh, meh. Bist ein sozialer. Ganz lieber. Ganz zahm. Guck, Ramos ist richtig abgekrankt. Ramos weiß gar nichts, der Typ. Ramos 06, ja. Trefft nicht bei ihm. Na, steht bei dir, oder? Alles ohne Woll. Ich bin den Gegner in Hoffnung. Das ist keine Strategie. Sicher. Bau sie bitte auch wieder auf. Ja, die Ersch einfach weiter und fokussen. Ist gut. Er ist 5-2, aber so gut fand ich sie auch nicht. Der Lane hat so nicht so gut gespielt. Aber ich darf gegen den Busch gewinnen. Na, wenn halt Jax und Leona drauf springen, dann ist das ziemlich tot. Ersch, komm, bitte. Ach, schade. Oh, schade. Oh ja, das gibt Kills für mich. Oh ja, das gibt Kills für mich. Ja. Dann weg. Der Ramos kommt wieder angerutscht. Der Ramos wird aggressiv. Ja, erstmal durch die beiden Fallen durch da. Top-Lane. Top-Lane und Bot-Lane-Farm. Ich bin weg. Ich bin weg. Passt auf, dass keiner folgt. Na, 94, Wanne geht besser. Ich glaub die wollen... Schon ganz gut. Ja, die wollen, die wollen. Ja, die wollen. Ja, die wollen. Waffen, oder? Naja, KS hat den Bronz, aber... Erstmal nur, dass Negative dran weht. No, nö. Aber der KS ist ja... Kann ich nicht da. Nee, aber... Bronz war eigentlich ganz gut. Ich glaub die... Die machen dauernd. Ja, ich bin... Ich geh weg. Hat jemand einen Wart darüber? Ja, ich könnte. Oh, aber ich hab auch. Jop. 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 Wir werden deutlich bessere Items haben. Ja, lass drauf da einfach. Auch wenn wir grad keinen IT haben. Dann lass sie noch bisschen verlieren. Wollen wir übernehmen? Ja, Tänger weiter, oder? Ich würd jetzt sagen, Drop-Lane, oder? Oder mach die weiter. Machen weiter. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Frag, ich flash. Ja, ich bin... Oh, fuck. Ja, Gott. Komm hier. Auf Kasse, auf Kasse. Das war fail. Weg, 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 weg. Ja, nee. Vielleicht schon alles... Oh, fuck. Das war einfach bad. Das jetzt in... Gage-Set. Aber guck mal deinen Bells, guck mal deinen Bells. Oh, geil. Das ist da auch was Gutes. Ja, Mann. Okay, sie können aber nichts holen. Sie machen jetzt ganz entspannt. Jetzt machen sie den Barrel nochmal. Und vor allen Dingen, jetzt push doch uns ran in andere Lanes. Dann machen sie den Barrel noch zähne. Ja, das tun sie nicht mehr. Haben sie rausgenommen. Wie, was, was haben sie rausgenommen? Die anderen Manions, wenn man... Echt? Das ist nicht stärker geworden, ja. Guck mal, die kriegen die noch nie mal tot. Die kriegen die nicht tot. What? Doch, mit Trundle macht das auch nur. Ich komme, ich komme. Wir brauchen deine Ulti da rein. Ich komme. Ja, wir können sie vielleicht wirklich noch kriegen. Ja, können wir wirklich fast. Nee, nee. So, Splash. Wohl, los. Jetzt kommt. Ach so. Was? Ja, aber die Minutes. Die Minutes machen wir schon dann. Und? Komm, hau drauf da. Nee, komm. Wenn jetzt. Oh, und? Ja, nice. Jetzt können wir fast... Irgendwie da draufkloppen. Caitlin, I'm right here. Ja. Ist okay. Hat uns... Hat uns nicht viel gekostet. Zwei Nexus Towers sind schon... Ich meine, die haben genau... Wir haben... Ja, wir können jetzt einfach Mütte pushen. Naja, aber wegen... Es war schon fast worth der Death. Wir haben dann durch zwei Nexus Towers bekommen. Auch wenn es weniger geplant war. Auch wenn es weniger geplant war, richtig. Auch wenn es weniger geplant war, richtig. Auch das war alles. Ja, das wollte ich in diesem Fall nicht. Habt ihr den Call nicht gehört? Ja, der müsste zwischen den Zeilen lesen. Äh, Ashes Protein. Also jetzt würde ich mal. Ähm, ich bin aber auch top. Ich komme. Und die haben Baron. Tuck. Naja. Okay, lass erstmal... Lass erstmal wieder auf Jax warten. Alles. Dann langsam wieder aufbauen. Vielleicht jetzt auch noch eine andere Lane push, ne? Ja, guck mal, Dragon ist jetzt gerade... Rück. Ja, lass Dragon. Rundle geht back. Ja, Rundle ist back. Ich meine, okay, den kann man doch irgendwie über... Geht aber ganz? Ja, da. Knapp da, glaube ich. Ja. Da, wo die Tannen... Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Ich würde gerne noch einmal back gehen. Ja, ich auch. Ich auch. Ups. Ich meine, die haben E-Baron. Also, wenn sie den nicht fighten wollen, umso besser. Ja, die haben E-Baron. Können alle fassen, mal back. Machen wir einen ganzen Spanten gerade. Achtung, komm aber jetzt. Geh, Botlay mal. Oder so. Ah, geht. Schon kalt ja. Nein. Nein. Ich glaube, ich glaube, wir haben sogar mehr Gold bekommen als die Gegner. Durch die Tower. Genau. Und wenn die jetzt den Ball und Waff nicht ausnutzen, dann haben die halt einen totalen Nachteil. Achtung, pass auf mit der Ashe-Uti wieder, dass sie uns jetzt hier nicht catchen. Ja, ich kann mal. Da kommt sie auch schon. Oh. Alter, der Stun bleibt hier drin. Alle da? Ja, ich nicht. Ich bin hier. Boah, krass, Alter. Ja, sieht aber gut aus. Können wir es schaffen. Wir haben noch einen ATC hier drin. Ja, fightet weiter. Wie sie mich immer instant rausnehmen. Nice. Kassa jetzt, Kassa jetzt. Ach, mich auch. Achtung, Quandel, komm. Spielt mit eurem AD Carry, Deftin. Auf Kassa. Auf Kassa, auf Kassa. Kassa unten, dance. Oh. Kassa unten, dance. Oh. Ah, Kassa. Geh mal die Bohren, genau. Jetzt. Yay. Gut, gut. Ja, ist gut, dass die Faser hier sind. Wir bekommen die keine Tower. Genau, ich geh hier lang, geh hier lang. Ja, ich mach drüber. Fuck, ich kann nur ein ITEMs. Ja, ich geh hier lang, geh hier lang. Ja, ich mach drüber. Ja, ich mach drüber. Fuck, ich kann nur ein ITEMs. Boah, so mein Ding ist auch ein Glas, Neck. Ja, die nehm ich nur Endcent raus. Die Ash kriegt zwar einmal richtig knapp auf, keine Ahnung wie viel HP, aber dann ballert sie mich. Die ballert mich so weg. Ja, sie nehmen mich. Wetten sie, aber ist jetzt egal. Neck, meine Blue. Ah, sie gehen zu deinem Blue. Ne, ihr geht Botlane. Ne, das nicht. Die Gegner bleibt jetzt eigentlich aus. 2-2. Das ist gleich weg, also. Oh, und ich wieder. Jawoll. Ja, entlass bitte. Entlass bitte. Die ist los. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, Achtung, pass. Bleib zusammen, bleib zusammen. Oh, ich muss mal Gery sehen. Okay, jetzt noch weiter. Gut, 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 gut. Achtung, 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 Achtung. Lass einfach weg, oder? Ja, lass auf Ash. In Solo. Ja, ja, lass. Lass weg. Oh mein Gott, wie Tariq rausballert. Der knallt dich einfach mal mega. Böser Typ. Abworn, 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 abworn. Abworn, abworn. Abworn. Und jetzt hast dein Gru eh wieder, ne? Hm. Gerade eben war aber CD wahrscheinlich. Naja. Geh weg, geh weg. Oh man, wir müssen echt die Ash fokussen. Ja, ja, jetzt, aber langsam lass ihn an. Oder lass ihn starten. Anfang sieht's immer gut aus, aber dann? Die Damage-Tieder sterben zu schnell. Wir müssen hier einmal noch ein bisschen kriegen, dann können wir in der Mitte durchpushen. Ist so, genau. Ja, ich kann ja schon fast ein Backdoor schicken. Seid ihr da? Nein, 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 nein. Geh raus. Löffling ist gut schützend König zu bei dir, also. Okay, Ash ist... Ash ist ziemlich... Ne, nicht, 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 nicht. Ne, ne. Ja, ja. Du brauchst ja? Ist doch schon länger. Ah, er fängt aber Kasadin richtig raus zu hauen. Ja, Kasadin wird echt stark jetzt. Guck mal, wer hier ist. Guck mal, wer ich... Bin ich geföhnen hat. Ja, komm Leute, lass deine Mami drauf jetzt. Nein, ich bin nicht. Passt auf die Ash auf. Hier, auf die Ash, auf die Ash, Leute. Oh, jetzt kann ich nicht. Ich hab doch einen Sprung hier. Ready. Hinter uns, Taric. Herr Pisser soll weggehen. Krass da. Wir haben Trundle down. Ja, geht... Hört auf zu chasen, Mitte. Geht einfach Mitte, geht Mitte. Alle, alle, alle. Go, go, go. Einfach laufen sehr gut. Ja, endet es einfach. Jacks vorweg, das ist gut. Inhip und dann... Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht ganz. Ja, doch nicht. Ich halte 20 Sekunden. Ich halte top. Wollen wir weiter oder... Back, 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 back. Ja, lass es. Red buff, ich spiele noch mal mit. Ist okay, wir haben inhip wieder open. Ist gut. Wir haben die... Wir haben die... Wir haben die... Wir haben die... Ja, aber bleibt mal bei mir, weil er krasser... Na, haut ab, haut ab, Ramos. Oh... Na ja, weg, weg. Barron ist auch jede Sekunde gleich wieder da. Ja, hau... Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Soll ich halt auch bleiben von neben rissen. Oh maaaan. Ja, wir laufen auf andere Richter, finde ich es okay besser. Packst du die noch? Nee. Aber es ist besser, dass wir uns aufgeteilt, dass wir uns jetzt so gut trennt haben. Oh oh. Fack's ja nicht. Du bist ziemlich am Arsch, ne? Ziemlich scheiße. Ja, ich hab keine Ulti. Oh man ey. Rollenbot. 45 Sekunden bin ich down. Ok, deft einfach ein bisschen. Denk nicht, dass ich gegen irgendwas anstellen kann. 13. Na, guck. Sieht nicht grad sehr erfolgreich auf. Pass auf, pass auf. Vielleicht kommt... Wenn Taric die Stunt. Kann Ramos taunen. Also Kasa und Ashe echt fokussend. Vor allem die Ashe, weil die kommt ja eigentlich... Ja, er hat eine, er hat eine, er hat eine mit das Problem. Oh guck mal, Kasa hat kaum... Oh nein. Ich hör einfach da einen Oma kurz weg. Ich geh jetzt auf Kasa. Der hat sich noch geflasht. Ja, der hat sich geflasht. Shit, shit, shit. Ashe hat mich. Ashe hat mich. Ashe hat mich. Nicht. Das war krass. Die ist auch eine Ashe, ne? Der Kommentar war grad gar nicht. War krass. Ja. Komm, lass die Mitte machen. Wo ist hier hin? Wo ist hier hin? Ja, wenn wir uns zusammengruppen, können wir auch Baron oder Mitte machen. Die haben keinen Junker. Die haben keinen Junker. Ja, die haben keinen Junker also. Das sicheren Baron, genau. Top-Lane wird gar nicht ziemlich kurz. 1-2 machen wir ein bisschen komisch. Aber passt schon. Ja, Top-Lane. Ich war ja grad Base, da kann ich mal ganz kurz... Genau. Da ist die Frage. Achtung, was machen die da unten? Ich bin Bot. Komm. Lass alle Back-Port. Die wollen Bot-Lane komplett durchpushen. Die alle Bot sind kurz bereit. To-Lane wurde Back-1. Ja, oder? Das hätten wir jetzt stimmt. Aber machen wir jetzt auf sicher. Ja, wir müssen jetzt den Baron-Lob auslassen. Ja komm, lass da unten engagen hier. Das sind zwei nur. Wenn wir um die dran kommen. Jax ist bis Back gekommen, ja ne? Ja. Hat er Ulti? Jax fehlt, aber Ramos ist weg. Ash hier. Boah, dieser Stein wieder slowed. Oh ja. Okay, bleibt zusammen, warte auf Jax kurz noch ein bisschen. Ja, ich komm mal zu euch. Und vor allem immer echt auf Kassa ballern und auf Ash. Ja, ist Wabut. Ja, da ist er. Ich komm erst mit Freak ja eigentlich jetzt zu. Und... Da kommt der Jax nicht. Chase nicht so krass. Noi. Duck lock. Habe ich die bekommen? Ne. Habe ich nicht. Der hat überlebt. Okay, sieht gut aus. Ja, ja, ich lass den jetzt. Ash, 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 ash. Achtung Kassa kommt von oben. Caitlyn, pass auf. Waller ist weg. Hab sie. Hier, Cait. Sehr gut. Gott. Kann ich denn ernst sein? Wie knapp die immer davon kommt? Gut, Jax. Ja, nice. Finished. Finished. Inhip. Inhip, sonst geht's nicht. Sonst geht's nicht. Sehr gut. Sieg. Ja, ich war diese Runde nicht ganz so dolle. Aber hast du ja die Ash ganz gut auseinandergenommen? Es ist ein Team-Spiel. Es ist ein Team-Ranked. Die Team-Leistung zählt. Na ja, war der ist Runde nicht ganz so dolle. Okay, was wie wär's? Machen wir jetzt erstmal kurz Pause, oder?